Wir, die Bauer Spezialtiefbau GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen im Spezialtiefbau. Ein Unternehmen des international tätigen Bau- und Maschinenbaukonzerns Bauergruppe im bayerischen Schrobenhausen. Der Konzern ist in drei zukunftsorientierte Segmente aufgeteilt. Bau, Maschinen und Resources und ist durch das hohe Synergiepotenzial perfekt am Markt positioniert. Als Teil des traditionsreichen Familienunternehmens prägt das Segment Bau seit über 60 Jahren den Spezialtiefbau. Egal wie hoch hinauf, wie tief hinab oder wie weit hinaus Sie bauen wollen. Bauer Spezialtiefbau – Ihr Spezialist für anspruchsvolle Projekte. Zusammen mit unseren über 40 Tochterunternehmen und Niederlassungen weltweit stehen wir für Sicherheit, Nachhaltigkeit und Qualität. Die Bauwerke dieser Welt werden nicht nur immer höher, sondern auch komplexer. Ob gigantische Hochhäuser, zukunftsweisende Infrastrukturprojekte oder anspruchsvolle Maßnahmen des Wasserbaus und der Energiewirtschaft. Wir stellen uns jeder neuen Herausforderung mit lösungsorientierten und innovativen Konzepten. Unser umfangreiches Portfolio umfasst alle gängigen Verfahren des Grundbaus, von der Planung bis zur Ausführung, wie Baugruben. Gründungen, Gründungen, Dichtwände und Bodenverbesserung. Dank unseres flächendeckenden Netzwerkes ist Bauer Spezialwissen an jedem Winkel der Erde verfügbar. Wir stehen für Vertrauen und Nähe zu unseren Kunden. Ein umfangreiches, internes Angebot an Serviceleistungen, Experten aus allen Fachbereichen sowie modernste Technik aus eigenem Haus ermöglichen uns eine kompetente und termingerechte Abwicklung unserer Baustellen. Ein hohes Maß an Kreativität, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit zeichnen uns aus, Werte, die uns klar von anderen unterscheiden. Mit der Umsetzung anspruchsvollster Projekte weltweit setzen wir Maßstäbe im Spezialtiefbau. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Visionen verwirklichen. Untertitelung des ZDF AH-2 Untertitelung des ZDF, 2020